Was geht ab YouTube? Mein Name ist Anuri und willkommen zu einem nach AskDagi Hashtag Video. Seit gestern, ne seit vorgestern glaube ich, hat unsere liebe Baby ja ihren eigenen Twitter-Emoji. Da sie den heiß begehrten Twitter-Star gewonnen hat. Und ich möchte euch jetzt mal die Top-Hashtags vorlesen, die ich finden konnte unter dem Hashtag Bibi. Limbo Mimbo schreibt, ich musste es tun, um zu sehen, wie scheiße es ist. Stay Life schreibt, ach, wenn es doch nur diesen einen Helden geben würde, der allen die Frage stellt, wer hat Bibi auf den Haaransatz gequotet? Philipp Steuer schreibt, Bibi hat jetzt ihren eigenen Twitter-Hashtag. Ich wäre ja schon froh, wenn ich den blauen Verifizierungshaken hätte. Ja Philipp, das Gefühl kenne ich auch. Den hätte ich auch gern. Ildia Volonimi schreibt, wer zum Teufel ist diese verfickte Bibi? Oh, ein Dollar schreibt. Der Doktor sagt, es tut mir leid, sie haben Bibi. Bibi, leave the bad taste in my mouth and I don't support the slaughter in Palästin. But Israel, of course, is not a negative. Bibi hat ihn verdient, weil sie immer alles richtig macht. Bibi ist ein Rietzenvorbild. Hashtag Bibi. Chris Kiss unterstrich YouTube schreibt, Bibi's Beauty Palace und Chris Kiss präsentieren Bilou, Creamy Cumshot. Irgendwie sieht das aus wie Kacka am Kopf. Hashtag Bibi. Von Liz Lili. The Real Hmpf schreibt, hallo, meine Eltern sind Geschwister. Hashtag Bibi. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Auf zum nächsten Hashtag Video, wer weiß, was uns Twitter demnächst wieder präsentiert, was für einen Kack wieder trenden wird. Es war nur ein kurzes Video, aber besser als gar keins. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.